Hallo und Servus. Servus, grüß euch, havetere. Keine Angst, das bleibt nicht so. Ihr hört es schon, ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus dem bayerischen Oberland, also kennt es vielleicht südlich von München, Schliersee, Tegernsee, da die Ecke. Und ich wohne tatsächlich auch seitdem ich lebe immer in der gleichen Gegend. Kein Wunder, ich meine, wenn du keinen Anlass hast von dort weg zu gehen, dann bleibst du dort. Frei nach dem Motto, alle wollen her, ich bin schon da. Und man gewöhnt sich halt auch an so vieles, oder? Man gewöhnt sich an die Berge, an die Seen, an die Postkartenmotive, an die Preisen. Das war eine Lüge. Ich habe ja tatsächlich mal die steile These aufgestellt, dass das bei uns niemals passieren wird. Dass wir irgendwann einmal dem Gast, dem Ausflügler, dem Urlauber so ganz offen ins Gesicht sagen, Oida, schleich dich. Seit den letzten beiden Pandemiesommern ist das ein bisschen anders. Es ist wirklich ganz extrem und es ist bezeichnend für eine Gegend, die seit den Zeiten des Märchenkönigs, ja auch vom Münchner Sommerfrischler zum Beispiel, lebt. Bei uns ist es zugegangen in den Bergen, an den Seen, aber wem erzähle ich das? Ihr wart ja auch alle da. Wo die Leute überall herkommen sind, das war unglaublich. Ich habe es selber einmal erlebt, da wollte ich am Berg gehen, stand unten am Wanderparkplatz und es fährt ein Auto vor mit einem Hannover-Kennzeichen, parkt ab und sagt, beim Aussteigen sagt der Herr den Satz Die Natur, die Natur, eine in die Wanderschuhe. Da hat es ein paar Einheimischen die Sicherung rausgehauen. Innerhalb von ein paar Minuten haben ihm vier Einheimische die Reifen zu büchen und der Fünfter hat ihm quer über die Windschutzscheibe geschrieben Ich bin der Torben und hier bin ich verstorben. Da komme ich her. Und bei Kindern auf dem Land zum Beispiel ist es ja mittlerweile so, da herrscht so eine allgemeine Brauchtumsverwirrung. Das ist ganz extrem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Also kleines Beispiel, was haben wir bald wieder, 31. Oktober? Genau, Weltspartag. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir früher immer unsere Sparschweinl zur Schlachtbank geführt haben und aus Luftballons gekriegt und Goodies und Schokolade? Und heute verkleiden sich die Kinder an dem Tag als Geister und Dämonen und holen sich die Süßigkeiten nicht bei der Bank, sondern gleich bei dir und der Haustür ab. Und das führt mittlerweile bei so manchen Kindern und Erwachsenen zu so einer allgemeinen Brauchtumsverwirrung. Ist ganz extrem, ihr habt das selber mitbekommen, letztes Jahr Ende Oktober, klingelt es bei mir an der Tür, ich mache auf, draußen stehen eine Hexe, ein Zombie und ein Sternsinger. Sagt die Hexe, Schüsses, sonst gibt's Saures. Der Sternsinger, Und eine Meldegabe für die Armen, bitte. Der Zombie, Du uns, sag einmal, wie schaust du eigentlich aus? Seit wann gehen Buben als Hexen verkleidet? Was ist denn eigentlich dein Problem? Du wenigstens schau ich nicht aus, als wäre mein Gesicht an einer Türklinke hängen geblieben. Und iss einmal ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen Spinat, ein bisschen grüne Paprika, ein bisschen mehr Bitterstoffe. Du hast wirklich eine wahnsinnig ungesunde Gesichtfarbe. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland. Alter, wir haben Halloween. Achso. Ich gehe mit meiner Laterne. Das ist St. Martin, du Depp. Und eine Laterne hast du auch keine. Aber du hast doch eine. Das ist ein Kürbis. St. Martin ist erst am 11. November. Hä? Ich hab gedacht, am 11. November geht da Fasching los. Und warum sind wir dann jetzt schon verkleidet? Dort oben leuchten die Sterne. Alter, wen willst du eigentlich darstellen? Gesundheit und Kraft im neuen Jahr wünscht euch der heilige Balthasar. Okay, können wir jetzt endlich mal zum Geschäftlichen kommen. Süßes, sonst gibt's Aures. Wir folgten einem hellen Stern, der hoch am Himmel starrt. Atemlos. Durch die Nacht. Ja, Hölle, Hölle, Hölle. Und jetzt raus mit dem Pulver. Aber wir wollen Schokolade. Aber ich hab eine Nussallergie. Und dahinter steht schon eine Mama mit einem ganzen Tross Vampire und Plärrpfirer. Entschuldigung. Aber könnten Sie nicht eine zweite Kasse aufmachen? Ich sag's euch. Ich sag's euch.